Wir haben eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gemacht mit viel mehr Ballbesitz, mehr Ruhe auch und wir haben genug Chancen in der zweiten Halbzeit. Es war sehr gut, wir haben besser gepresst auch und höher gepresst und das war sehr gut. Es gibt viel mitzunehmen von dieser zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit, 10-15 Minuten war okay, nachher, sie haben das Spiel dominiert, aber in der zweiten Halbzeit waren wir viel besser als der erste Halbzeit. Viele Torschance, am Ende ist ein 0-0, aber wie gesagt, positiv.